Welche Rolle sollten Unternehmen zukünftig für und in unserer Gesellschaft spielen und wie kann die sozial-ökologische Transformation gemeinsam mit ihnen gelingen? Ich bin Jennifer Hansen und arbeite als Co-Head Innovation and Business Development Consulting bei der Fineo GAG. Und das sind zwei Fragen, mit denen ich mich aktuell intensiv beschäftige und mit denen wir uns auch im Rahmen unserer neuen Publikation Reimagining Good Corporate Citizenship 2035 gemeinsam mit EntscheidungsträgerInnen aus der Wirtschaft beschäftigt haben. Corporate Citizenship wurde lange verstanden als das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen, das über ihr Kerngeschäft hinausgeht. Aktuell erleben wir allerdings, dass die Grenzen zwischen Corporate Citizenship, Kerngeschäft und auch Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeit zunehmend verschwimmen und sich auflösen. Und diese Themen, die vorher oft eher als Add-ons behandelt worden sind, jetzt wirklich integraler Bestandteil des Unternehmenhandelns werden. Und deshalb stellt sich aktuell die Frage, was ein Good Corporate Citizen eigentlich ausmacht, auch noch einmal neu. Wir haben sieben Thesen entwickelt, was Unternehmen im Jahr 2035 zu Good Corporate Citizens machen wird. Wir werden beispielsweise Unternehmen als Good Corporate Citizens bezeichnen, wenn sie regenerativ wirtschaften. Unternehmen werden als Good Corporate Citizens Future Skills ihrer MitarbeiterInnen, wie Ambiguitätstoleranz, Mut oder systemisches Denken aktiv fördern. Und für Good Corporate Citizens wird die Transparenz hinsichtlich ihrer sozialen, aber auch ihrer ökologischen Wirkung von zentraler Bedeutung sein. Unternehmen spielen bei der dringend notwendigen sozial-ökologischen Transformation eine wirklich zentrale Rolle. Und das nicht nur, weil sie auf der einen Seite Mitverursacher sind für viele der aktuellen Herausforderungen, sondern auch, weil wir ohne ihr Mitwirken, ohne ihre Ideen und ihre Innovationen die Transformation nicht meistern werden. Wie ist die Vision aus den Thesen Realität? Ja, damit diese Vision aus den Thesen Realität wird, ist es glaube ich vor allen Dingen wichtig, dass wir jetzt alle gemeinsam ins Handeln kommen. Und Zukunft ist ja auch nicht was, was einfach so vom Himmel fällt, sondern etwas, was wir alle gemeinsam gestalten. Und dazu braucht es Mut. Und Mut war auch eines der Themen, das sich durch fast alle Interviews, die wir für die Publikationen geführt haben, gezogen hat. Und es braucht das gemeinsame Handeln, die Kooperation sektorübergreifend von allen AkteurInnen, weil wir diese Zukunft nur gemeinsam werden gestalten können.